Hallo meine Lieben und Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir wollen gar nicht lang starten, wir wollen direkt durch. Mal kurz, was wir denn machen müssen. Vielleicht wird aber hier den Gräber enthalten. So, das sind einfach nur neue Varianten. Wir haben hier ein paar Punkte, da könnten wir den Kriegertool herkippen. Ich ziehe den auf. Okay, das ist noch zwei Punkte. Oh, oh. Das sind auch fertig. So, wo wollen wir denn als nächstes hin? Wo wollen wir hin? Ach, das war nur ein Lager. Genau, dann haben wir hier was zum Tauchen. Hm. 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 Na ja. Wir werden es sehen. Ich würde dann sozusagen ein Schatz und versuchen wir das mal aufzupraxeln. Und dann probieren wir das mit diesem Fragezeichen nochmal aufzuspülen. Und dann gucke ich mal, was wir als nächstes alle jetzt machen können. Ich bin hier unredig. Es gibt auch ein Pfehl. Ich nehme, ich bin jetzt okay, auch hier. Ich dachte, ich sehe, dass wir das nicht passiert. Alle haben das Hase und das Hase. So, dass da, okay, das ist überhaupt der anderen, der Seite da hinten oder da. Was ist das? Lass mal ein Auto sehen. Und so anziehen. Wo werden wir später noch schnell leben? Immer wieder die Bilder. Wie geht's dir? Also, ich denke mal, wir müssen auf jeden Fall um diesen Bergkampen herum, damit wir da runter gehen. Den krieg ich tatsächlich einmal ein, das ist ja gar nicht so gut. Die werde ich bestimmt bald brauchen. Es ist ja gar nicht so gut. Das war's für heute. Okay. Shhh, goh shhh. Ich kann einen Graser überbrücken. Aber welcher? Ich kann einen Graser überbrücken. Okay. Ja, das ist ein bisschen besser. Ist das strong? Immer gut an den Vorrat zu haben. Immer wiederholen. Das war's für heute. Das ist ein Schicksal. weit verkehrten sind. Ich kann diese Eisenblumen heilen noch nicht. Ich bin so... Ach ne, ich bin so... Ach ne, ich bin so... Ich bin so ganz sehr strange, aber okay. Gut, dann würden wir sagen, zum nächsten... Was ist hier denn? Ich bin so groß und das ist hier. Na gut, auch die Bicht. Ich würde sagen, wir gehen hier mit. Und dann gehen wir zu den dreien und dann gucken wir mal weiter warten. Komm mal bitte da runter. Nein! Okay! Okay! Oh! Langler kam einen Tag. Ich bin ganz klarer. Ich bin ganz klarer. Aber da muss man sich da runter. Okay! Okay! Ich. Wo ist alle? Aufscheinen! Ich bin schwer zu übersehen. Oh nein! Ohigh! Oh! Oh! Was ist das? Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Alter. Das ist eigentlich eine Option. Ich hab nicht mehr. Ah! An mir. Ah! 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 Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin nicht mehr. Ich bin hier auch auf dem Weg, wenn wir mal Geld brauchen. Ich bin hier auch in der Zukunft, wo ich trinkt, dass alles jetzt okay ist. Jetzt schüttet es richtig. Oh, das ist das Problem? Ist das so ein Problem? Nein, noch nicht dran. Was ist denn hier? Ich glaube, das ist gut. Ich will nicht mehr. Aha. So, dann... Kann sein, dass ich da hier noch ein Gänze habe. Eine Art Drohne, ob sie dieses Gebiet überwacht. Gibt es? Eine Wachungsdrohne rein. Das ist ein neues... Okay, das ist ein Advertrag. Okay... Wenn eine Wachungsendekte, die den Zustand der Region und die Sphäre überwacht, weiß, was diese Datenpreiseln können. Vielleicht bringen sie nützliche Daten. Hm, aber wie komm ich da hoch? Ich weiß nicht, dass wir noch zünder werden. Die beiden. Schock könnte viel Schaden verursachen. Glockenzeichen Okay, ich hab auch schon geholfen. Oh! Ja. Ech, ech, ech! Ech, ech, ech! I need to ensure an old person here. Cough, ech! Cough! 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 Ich weiß ja nicht, wenn ich die Drohne abschüsse, sondern die zerstörst du hier eigentlich. Die Drohne ist unten, ich sollte mir die Daten holen. Hm, sie wollte diese Daten übertragen, doch... Dann halte sie vor erstmal lieber. Ja. Du auch? Noch jemand, der sich zieht. Weißerlich ey, das ist echt... Oh! Diese rote Kacke nervt. Aber ich war doch gerade noch voll im Leben. Ich kann nicht mitbekommen, dass mein Leben... Sollte ich die Drohne jetzt behalten oder muss ich das Ganze jetzt da nochmal machen? Lass das nochmal machen. Okay. Nein. Ich finde einen Ort und verwinde eine Drohne. Wo kann ich denn... wo soll ich jetzt wissen, wo diese Drohne hin soll? Wieso ich mir halt vorstellen kann, ist halt noch, dass... ... Um, ich habe die Daya wieder. und hier exact 3. Ich hätte ihn alle getroffen, dass die Daya gibt. Ich glaube, sie muss alle getroffen sein. Ich glaube, wie das jetzt wird das Dauerk bedeutet. Ich habe die Dauer zu suchen. Ich habe die Dauer zu suchen. Das ist mir der Wettbewerb. Der Wettbewerb ist mir sehr gut. Der Wettbewerb ist mir sehr gut. Schuss, schuss, schuss. Da. Jetzt kommt das Ärger. Jetzt kommt das. Was ist das? Feuer! Hast du jetzt von? Ach von! Boom, Baby. Boom, Baby. Okay, jetzt muss ich noch mal da nach oben. Jetzt muss ich mal die Corona runter holen. Jetzt hol ich mir das noch mal genauer an. Dann könnte ich die Linie noch mal sehen. Oh, die Pappe. Hä? Zieh dich doch mal hoch, die Gnase. Hä? Hier. Ah, nee. Oh, jetzt will ich mal. Okay. 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 Ich bin da, ich bin da, ich bin da, ich bin da... Also das... ...lehmann der Sputane ist... ...kach da, ich bin da... Mein Fokus empfängt eine Art Funkbarke. Ich muss da hochfliegen. Ich muss da hochfliegen. Wer die Schweiz brauchen können. Das Wrack ist verstreut. Das Signal scheint von hinter diesen Ranken herzukommen. Ich geh doch da durch. Es läuft nicht so klein, weißt du. Ich weiß nicht, ob ich längste hochgefangen habe. Aber das, da ist sie einfach zu eng. Ganz bestimmt. Wenn Langbeine mit von der Partie sind, wird es immer laut. Alles gut. Ich schätze, ich muss hoffen, dass hier irgendwo ein Akku ist. Ich schätze, ich schätze, ich schätze, ich schätze. Okay. Interessant, die ganzen Knifles, die alle Art von Szenarien, die sind so gut. ARD Text im Auftrag von Funk Ich bin auf der Tröten. Genau, was ich brauche. Ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein, ich bin ein. 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 Aufreißen, Verlust. Wir werden weiterziehen. Ich muss nur ruhig bleiben. Entschuldigung. Ich hab dich! Jetzt brenne! Oh, Baby! Ich hab nur Angst. Die letzte Ruhe, weil wir da wirklich ganz... ...brennen. Ich hab keine Lust in der Stofe. Oh, voll leid, ey. Den Käse toll. Ich hab auch... Da schlägt mich einer. Da schlägt mich einer! Das war's für heute. und Das lässt es deswegen erstmal sein, aber wir färfen uns, dass wir uns nicht gut 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 10 8 9 10 10 11 12 13 15 15 15 15 16 15 Ha! Aber na gut, man nimmt nichts, was er jetzt noch sagt, bis das Geräume wieder war. Und ja, in der nächsten Fall gucken wir eben, dass wir das andere machen, dass wir zu den nächsten Teil gezeichnet sind. Sonst kommen wir, dass wir das hier einmal aufbüften und dann würde ich tatsächlich eine neue Quest angehen, um da zu gucken. Aber hier sind ja überall irgendwie noch Platten, um da ich ja irgendwie nicht... Ich hab' mal wieder Ahnung, neuer Glimmerfrau war, okay. Irgendwie müssen wir auf jeden Fall weiterkommen. Mal schüttern. Das war dann, als wir das machen, den Fest oder dieses Trennen. Wir sind ja jetzt hier, haben wir so ziemlich gut aufgedeckt. Hallo. Und dann müssen wir mal prüfen, dass wir weiter prüfen. Das war ein bisschen, dass es sich sehr umfällt. Und bei allen seien, das war irgendwie, dass wir jetzt wieder wieder weiter pushen, denke ich mal. Und dann kommt ja nichts. Seitdem hier, wenn ich nicht weiß, was brauche ich da. Ich komm' da ja nicht rein. Das bringt ja nichts. Und wo wär das? Das ist ja noch nicht mal die erste Drohne. Was ist das? Das ist ja noch nicht mal die erste Drohne. Und dann geht's nochmal. Immer. Wir machen es irgendwie weiter. Und demnächst irgendwann mal, wenn wir da mal hier drücken. Wenn wir da sieht, wie wir's im Moment haben. Und wenn wir da wirklich alles dort noch abgehoben haben. Was wir hier lassen haben, wie wir's hier geschwöpfteln. Die haben wir ja auch im Lied, weil wir das hier友室 vergessen, zu. Oder konnten es nicht machen. Und ich vorher haben wir noch so ein Meerfeuer, die auch noch zu gucken, weil da war ja ein bisschen gerade so gut. Deswegen, wir gucken einfach mal, wenn wir was rum. Na was, wir werden in der nächsten Folge machen. Auf jeden Fall hoffe ich, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn ja, hinterlasst ihr gerne ein Abo und ein Like. Ich würde mich mega freuen. Und natürlich auch, wenn ihr wieder beim nächsten Mal dabei seid. Tschüss. Untertitelung. BR 2018